Wunderbar. Musst nur noch den richtigen Knopf treffen. Also erstmal freue ich mich, dass Sie bei dem schönen Wetter oder trotz des schönen Wetters so zahlreich erschienen sind. Es sind sogar so viele hier, dass wir in den Seminarraum C ausweichen mussten mit ein paar Teilnehmern. An die winke ich jetzt einfach mal. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Bevor wir loslegen, wollte ich ein paar Worte an Sie richten. Zum Ersten, mein Name ist Peter Albers. Ich bin hier Professor für Geometrie und Direktor der Forschungsstelle Geometrie und Dynamik. Und wir freuen uns heute ganz besonders, Frau Prof. Dr. Dr. Katrin Tent begrüßen zu können. Und ich möchte, bevor der eigentliche Vortrag losgeht, Sie ganz kurz vorstellen, denn sie hat einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, wie ich finde. Deswegen muss ich auch ein bisschen ablesen. Das war zu viel, um mir das merken zu können. Sie hat mit dem Studium von Mathematik, Informatik und Linguistik in Kiel begonnen. Und da kommt dann auch der erste Doktortitel, nämlich ein Doktortitel in Linguistik in Kiel. Dann war sie zu einem Forschungsaufenthalt in Kanada, University of Western Ontario. Ist zurückgekehrt, hat ein Diplom in Mathematik gemacht. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, so ähnlich wie der Master. Und ist dann zum Promovieren in der Mathematik in die USA gegangen, an die University of Notre Dame, hat dort promoviert. Dann hatte sie Forschungsaufenthalte in Jerusalem und Würzburg, war Heisenberg-Stipendiatin und ist seit 2008, hatte Professuren in Birmingham und Bielefeld und ist seit 2008 Professorin in Münster für Modelltheorie, Gruppentheorie und Geometrie. Das war jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube, Sie sehen, das ist ein sehr, sehr beeindruckender Lebenslauf. Wir sind sehr froh, dass sie heute hier ist. Sie arbeitet auf dem Grenzgebiet zwischen Mathematik und Logik und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag über unentscheidbare Probleme in der Mathematik. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, Ihnen hier sowas erzählen zu dürfen. Und erst mal das Thema unentscheidbare Probleme in der Mathematik. Da stellen sich die Mathematiker, die nicht viel mit mathematischer Logik zu tun hatten, wahrscheinlich die Frage, ob sie das überhaupt betrifft. Und die Nicht-Mathematiker, die denken, kann es sowas überhaupt geben? Ich möchte beides erklären, nämlich warum es einen durchaus betrifft und warum es auch das tatsächlich gibt. Und ich möchte mit einem ganz einfachen Beispiel anfangen. Mir war gesagt worden, ich sollte das auch für Schüler zugänglich machen. Aber ich habe, ah ja, okay, doch, gut, 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 gut. Dann ist es ja nicht verschwendet. Aber was Polynome sind, wissen Sie als Schüler. Und auch, was die natürlichen Zahlen sind und was die ganzen Zahlen sind. Vielleicht erinnere ich ganz kurz daran, die natürlichen Zahlen sind einfach die Zahlen, für mich beginnen die mit Null und die ganzen Zahlen sind eben das Symmetrische. Machen wir in die Richtung weiter. Und was Polynome sind, wissen Sie auch. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kriegen für die Schüler vielleicht als Hausaufgabe, übers Wochenende ein Programm zu schreiben, was bei einem Polynom mit Koeffizienten aus den ganzen Zahlen feststellt, ob das eine ganz zahlige Nullstelle hat. Also ob es eine Nullstelle hat, die in den ganzen Zahlen liegt. Also man nimmt ein Polynom f von x, also in einer Variablen x, das schreiben wir so aus dem Polynomring über x. und die Hausaufgabe ist, schreiben Sie mal ein Programm, was feststellt, hat f eine ganzzahlige Nullstelle? Entschuldigung, hier habe ich falsch. Hat f von x eine Nullstelle in den ganzen Zahlen? Ja, solche Polynome können zum Beispiel so etwas wie 2x plus 5, könnte das Polynom sein. Das sieht jeder sofort, hat natürlich keine Nullstelle in den ganzen Zahlen. Sie können auch kompliziertere Dinge haben, nur um Beispiele für Polynome zu haben hier. Wie bitte? Ja, die Frage ist, hat es eine Nullstelle in den ganzen Zahlen? Und hier können Sie es auch noch schnell sehen und feststellen, ob das eine ganzzahlige Nullstelle hat. Bei höheren Polynomen wird es vielleicht nicht mehr ganz so leicht zu sehen, aber wenn Sie sich ein bisschen mit Abschätzungen beschäftigt haben, dann können Sie über das Wochenende sicher ein Programm schreiben, was diese Frage beantwortet, ob dieses Polynom eine Nullstelle in den ganzen Zahlen hat. Nämlich, Sie können abschätzen, wenn es eine Nullstelle hat, dieses Polynom, dann liegt es irgendwo zwischen hier und da. Und dazwischen liegen nur endlich viele ganze Zahlen und diese endlichen vielen ganzen Zahlen können Sie einfach einsetzen und entweder ist die Antwort ja oder die Antwort ist nein. Ja, also wir können diese Frage entscheiden. Das ist sicher kein unentscheidbares Problem. Jetzt sagt der Lehrer, ja ganz toll, eine Variable haben Sie geschafft. Jetzt, übers nächste Wochenende, machen Sie zwei Variablen. Das heißt, Sie haben Polynome mit Koeffizienten aus den ganzen Zahlen. Ja, also die Koeffizienten sind diese Zahlen. Da könnten ja auch rationale Zahlen stehen, drei Fünftel oder so was oder reelle Zahlen. Aber wir betrachten nur Koeffizienten in den ganzen Zahlen. Und jetzt betrachten wir Polynome in zwei Variablen, auch mit Koeffizienten in den ganzen Zahlen. Und die Frage ist wieder, hat so ein Polynom eine Nullstelle in den ganzen Zahlen? Und natürlich, bei manchen Polynomen sieht man es. Also zum Beispiel bei 6, x hoch 3, y. Ich habe hier mal welche vorbereitet, wo ich es dann sehen kann. x hoch 3, minus 10, gleich 0. Können Sie sehen, das hat eine Nullstelle für x und y gleich 1. Das heißt, hier ist die Antwort ja. Und wie würden Sie anfangen, das zu programmieren? Dann, ja, Sie können sagen, okay, ich setze mal für x Null ein und betrachte das als Polynom in einer Variable, dann kann ich es lösen und dann mache ich weiter und setze 1 ein und so weiter. Das ist ein bisschen schlecht, da kommt man nicht so gut von der Stelle. Oder man betrachtet die Zahlen im Quadrat, also hier die Gitterpunkte in z Quadrat und läuft hier in immer größere Quadrate ab und sucht da. Und klar ist, dass wenn es eine Nullstelle in den ganzen Zahlen gibt, dann finde ich natürlich eine mit diesem Verfahren. Wenn ich alle absuche, wenn es eine gibt, werde ich sie finden. Bei dem Polynom mit einer Variablen wussten wir halt vorher, dass wir eingrenzen können, wo wir suchen müssen. Das heißt, ich musste nur endlich viele absuchen. Ich wusste dann irgendwo, zwischen da und da muss es sein. Hier weiß ich das nicht. Das heißt, wenn ich dieses Verfahren wähle, finde ich sie zwar, wenn sie existiert, aber ich weiß nie, ob ich aufhören kann. Bei dem anderen wusste ich, ich kann aufhören, wenn ich von da bis da gelaufen bin, dann bin ich fertig. Hier weiß ich nicht, dass es aufhört. Und dieses Problem, einfach, das klingt ja wie ein einfaches Problem, hat dieses Polynom, gibt es ein Verfahren, wie ich, wenn Sie mir ein Polynom über den ganzen Zahlen geben, kann ich dann sagen, hat eine Nullstelle oder nicht in den ganzen Zahlen. Und das ist Hilberts zehntes Problem. David Hilbert hat, den Sie auf dem Plakat so schön dargestellt finden, mit dem Hut, er hat 1900 auf dem Mathematikerkongress in Paris gesprochen und hat die wichtigsten Probleme für das neue Jahrhundert vorgestellt, die unbedingt zu lösen sind, damit die Mathematik vorankommt. Und das zehnte Problem auf der Liste war eben das, und er hat es formuliert, finde einen Algorithmus, der diese Frage beantwortet. Wenn ich ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten habe, entscheide, ob das eine ganzzahlige Nullstelle hat. Also finde einen Algorithmus, der entscheidet, ob ein ganzzahliges Polynom eine ganzzahlige Nullstelle hat. Das heißt, an der Formulierung sehen Sie, dass Hilbert davon ausgegangen ist, dass sich das irgendwie übers Wochenende vielleicht lösen lässt. Er hat es als zehntes Problem formuliert, also er ist offensichtlich nicht davon ausgegangen, dass man es übers Wochenende lösen kann. 1970 hat Juri Matiasiewicz aufbauend auf Arbeiten von Martin Davis, Hilary Putnam und Julia Robinson dann gezeigt, dass es so einen Algorithmus nicht gibt. Also das ist der Satz von Matiasiewicz. Und das beruht wirklich sehr stark auf den Vorarbeiten, deshalb will ich die alle nennen, Jan Davies, Putnam und Julia Robinson. Das war 1970, also durchaus eine Weile später. die haben gezeigt, einen solchen Algorithmus gibt es nicht. Und kann es auch nicht geben. Und wenn ich Ihnen hier bei einer Variablen habe ich Ihnen den Algorithmus gezeigt. Man schätzt ab, wo die Nullstellen liegen müssen und sucht dazwischen das Gebiet ab. Das ist ein Algorithmus. Aber wie zeigt man, dass es einen solchen Algorithmus nicht geben kann? Man muss ja zeigen, jeder mögliche Algorithmus tut es nicht. Das ist also ein viel schwierigeres Problem. Und natürlich gibt es einzelne Polynome, für die man entscheiden kann, ob das Polynom eine ganzzahlige Nullstelle hat. Aber die Frage ist, gibt es einen Algorithmus, der bei Eingabe von einem Polynom sagt, ja oder nein, hat eine ganzzahlige Nullstelle. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Algorithmus? Und da benutzen wir einfach die Church'sche These. Die sagt, alles, was sich durch einen Computer entscheiden lässt, ist genau das, was wir auch intuitiv entscheidbar finden. Und das hängt auch nicht vom Computer ab oder von der Computersprache, die Sie benutzen. Das ist alles äquivalent. Alle Definitionen von Algorithmus oder Entscheidbarkeit Kite sind äquivalent. Das ist natürlich nicht ein Satz, den man beweisen kann. Das ist nur eine These, mit der wir arbeiten, weil sie plausibel ist und weil wir noch kein Gegenbeispiel haben. Ja, also was ist jetzt ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist einfach das, was wir als ein Computerprogramm hinschreiben können, dass irgendwas entscheidet. Wenn man zum Beispiel eine Teilmenge der natürlichen Zahlen oder der ganzen Zahlen angibt, dann soll das Programm entscheiden, ist ein Element in der Menge drin oder nicht drin. Das ist, was der Algorithmus tun soll. und welches Programm Sie dafür benutzen oder welche Computersprache, das ist egal. Man kann eben für die verschiedenen Computersprachen zeigen, dass das eine vielleicht komfortabler ist als das andere, aber alles lässt sich übersetzen und emulieren und ist insofern äquivalent, hängt also auch nicht vom Computer ab. Das heißt, die Turing-Maschinen, die Sie vielleicht irgendwann mal gesehen haben, die nur aus einem Band bestehen, die auch auf dem Bild also wunderbar abgedrückt sind, auf dem Plakat, Sie haben nur so ein Leseband und da dürfen Sie Nullen und Einsen draufschreiben und dann haben Sie einen Lesekopf, der da was drauf ändern kann. Das ist für unseren Zweck ganz genauso gut wie der neueste Supercomputer. Gut, jetzt haben wir uns ungefähr vorgestellt, was ein Algorithmus ist. Wie soll man denn jetzt zeigen können, dass es so einen Algorithmus nicht geben kann? Und um Ihnen das zu erklären, will ich, die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich schon mal gesehen, an das Diagonal-Argument von Kantor erinnern. Damit kann man allerhand schöne Dinge zeigen, Diagonal-Argument. Zum Beispiel hat Kantor gezeigt, dass es mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen oder als ganze Zahlen gibt. Die Mächtigkeit der reellen Zahlen, also schreiben wir so, ist größer als die Mächtigkeit der, sagen wir mal, als der natürlichen Zahlen. Ja, und das heißt einfach, es gibt mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen. Natürlich würden Sie jetzt sagen, es gibt auch mehr rationale Zahlen oder mehr ganze Zahlen als natürliche Zahlen, aber das mehr ist gemeint hier in dem Sinne, es kann keine Bejektion geben. Ja, bei den ganzen Zahlen sehen Sie natürlich, dass wir die ganzen Zahlen eins zu eins mit den natürlichen Zahlen oder auf die natürlichen Zahlen abbilden können. Wir können null, dann eins dahin, zwei dahin und so weiter. Immer zickzack. Das heißt, es sind genau gleich viele Elemente. Und das können wir genauso gut mit den rationalen Zahlen machen, das sind auch nicht mehr als die natürlichen Zahlen. Aber bei den reellen Zahlen passiert was anderes, das sind nämlich tatsächlich mehr als die natürlichen Zahlen. und die Frage ist jetzt, wie zeige ich denn, dass ich nicht so eine eins zu eins Zuordnung machen kann zwischen den reellen Zahlen und den natürlichen Zahlen. Und da kommt dieses Diagonalargument ins Spiel. Wir nehmen an, dass die reellen Zahlen nur genauso viele sind wie die natürlichen Zahlen, sodass ich die eins zu eins zu den natürlichen Zahlen zuordnen kann. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich insbesondere für das, sagen wir mal, für das offene Intervall zwischen 0 und 1, also die reellen Zahlen zwischen 0 und 1, die muss ich dann auch eins zu eins mit den natürlichen Zahlen identifizieren können. Also nehme ich einfach mal an, dass das geht und schreibe die hier als unendliche Dezimalbrüche hin, diese ganzen reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Also ich fange an, hier diese Zahlen, also das Komma ist hier, 0, irgendwas. Ich schreibe die einfach der Reihe nach auf. Wenn ich annehme, dass es genauso viele sind wie die natürlichen Zahlen, kann ich denen einfach so eine Nummer zuordnen und die dann in der entsprechenden Reihenfolge aufschreiben. und dann müssten alle Zahlen hier vorkommen. Wenn ich davon ausgehe, dass das geht, stelle ich mir vor, ich habe hier diese Liste und jetzt, hier ist die erste Stelle, also das, das ist die Zuordnung zu den natürlichen Zahlen. Jetzt baue ich mir eine andere Zahl, die auch im Intervall zwischen 0 und 1 liegt und zwar einfach hier ändere ich diese Stelle. Da steht eine 0, also schreibe ich mir eine 1 hin, hier steht eine 5, schreibe ich mir eine 6 hin, hier steht eine 6, schreibe ich eine 7 hin und so weiter. Ich baue einfach einen unendlichen Dezimalbruch, den ich aus diesen Zahlen finde, indem ich immer in der dritten Reihe die dritte Stelle verändere, in der fünften, die fünfte, in jedem das entsprechende. Dann kommt hier irgend so ein unendlicher Dezimalbruch raus, der auch zwischen 0 und 1 liegt. Aber der steht natürlich nicht in dieser Liste, denn ich habe ja dafür gesorgt, dass er sich von allen Zahlen in der Liste unterscheidet. Also diese Zahl kommt hier in der Liste nicht vor, das heißt unsere Annahme, dass wir die alle aufzählen könnten, war falsch. Also es gibt mehr reelle Zahlen, als es natürliche Zahlen gibt. Ich kann immer, und das ist dieses Diagonalargument, auf der Diagonalen ändere ich die Einträge, sodass die Zahl, die ich daraus bastle, garantiert in der Liste nicht vorkommt. Es kann nicht die siebte Zahl in der Liste sein, denn an der siebten Stelle unterscheidet sie sich. Und es kann auch nicht die 29. sein. Also, das ist dieses Diagonalargument und das können wir jetzt gleich nochmal verfeinern und uns ein unentscheidbares Problem daraus mit diesem Diagonalargument basteln. Wenn Sie schon mal Computer programmiert haben, dann wissen Sie, dass es immer ein Problem ist zu wissen, ob der Computer dann auch irgendwann anhält, wenn man ihm was zu tun gibt. Dann, ich sehe, manche haben mehr Erfahrung als andere. Genau, das ist ein Problem. Und das ist auch richtig so, denn der Satz ist, dass das Halteproblem eben nicht entscheidbar ist. Jetzt muss ich Ihnen sagen, was ist das Halteproblem? Das Halteproblem fragt, wenn ich einen Algorithmus habe, stoppt der bei dieser Eingabe? Dazu, damit das ein entscheidbares Problem ist, müssen wir uns erst mal überlegen, es gibt nur abzählbar viele Algorithmen, das heißt, wir können die Algorithmen mit den natürlichen Zahlen identifizieren, ein Algorithmus ist immer ein endliches Stück, also es sind nur abzählbar viele, das heißt, das hat überhaupt Sinn danach zu fragen, nach so einem entscheidbaren. Das heißt, wir können die Algorithmen aufzählen und wir können die Eingaben, wir behandeln natürlich immer nur abzählbare Mengen als Eingabemengen, das heißt, wir können fragen, der Algorithmus mit der Nummer K, was macht der bei Eingabe M? Hält der oder hält der nicht? Und die Behauptung ist, dass wir keinen Algorithmus finden können, der sagt, der Algorithmus Nummer K stoppt bei Eingabe M oder nicht, der das entscheidet. Das ist die Behauptung. Dieses Halteproblem ist unentscheidbar. Und wie zeigen wir das? Genau mit so einem Diagonalargument. Wir nehmen an, es gibt einen Algorithmus, der das entscheidet. Angenommen, ein solcher Algorithmus existiert. Okay, dann bastle ich mir ein neues Computerprogramm und Sie werden dann hoffentlich gleich mein Diagonalargument erkennen. ich bastle mir ein Computerprogramm, das das folgende tut. Bei Eingabe P, also neuer Algorithmus, was tut der? Bei Eingabe P, P, also so einer natürlichen Zahl, fragt er, ob der Algorithmus Nummer P bei Eingabe P stoppt. Wenn wir annehmen, das ist entscheidbar, dann ist das entscheidbar, können wir fragen, stoppt er? wenn er stoppt, wenn das Computerprogramm mit der Nummer P bei Eingabe P stoppt, dann soll dieser Algorithmus einfach unendlich weiterlaufen, irgendeine Schleife laufen, lauter Nullen aufs Band schreiben oder irgendwas, dann soll dieses neue dieses Programm hier weiterlaufen, unendlich weiterlaufen und wenn das nicht stoppt, wenn das nicht stoppt, dann soll es stoppen. Ja, Sie sehen, wenn wir annehmen, dass es entscheidbar ist, dass es einen Algorithmus gibt, der uns das entscheidet, dann ist das hier natürlich ein anständiger Algorithmus. Er sagt, sag mir, ob das stoppt oder nicht. wenn das stoppt, dann soll mein neuer Algorithmus weiterlaufen, wenn es nicht stoppt, soll er aufhören. Vernünftiger Algorithmus. Nun haben wir aber gesagt, alle Algorithmen können wir mit den zugehörigen Zahlen identifizieren. Das heißt, dieser Algorithmus, den ich hier hingeschrieben habe, der braucht auch eine Nummer. Dieser Algorithmus hat auch eine von den Nummern. Denn alle Algorithmen haben irgendeine Nummer und sei Q die Nummer von diesem Algorithmus. Die Nummer dieses Algorithmus. Für diesen Algorithmus. Naja, und jetzt schauen wir uns an, was macht denn der Algorithmus mit mit der Nummer Q bei Eingabe Q. Ja, wenn er bei Eingabe Q stoppt, muss er weiterlaufen, wenn er bei Eingabe Q anhält, muss er stoppen. Das kann nicht sein. Also, da ist ein Fehler und der Fehler lag eben an der Annahme, dass es diesen Algorithmus gibt. Also, es ist genau das gleiche Diagonalargument wie eben. Vielleicht schreibe ich es hier noch an, sei Q die Nummer für diesen Algorithmus Frage, was passiert bei Eingabe Q. Und da haben wir dann einen Widerspruch. Das heißt, die Annahme, dass das Halteproblem entscheidbar ist, hat zu einem Widerspruch geführt, das heißt, das Halteproblem ist unentscheidbar. Aber natürlich genau wie bei der Suche nach Nullstellen, wenn wir eine Nullstelle finden, habe ich gesagt, haben wir eine gefunden, das ist gut, dann wissen wir Bescheid. Wir wissen halt nie, wann wir aufhören können. Genauso ist es mit dem Halteproblem. Wenn die Maschine stoppt, hält sie. Aber wir wissen halt nie, ob wir aufhören können zu warten. Das ist das Problem. Das heißt, solche Probleme nennt man semi-entscheidbar. Halteproblem ist semi-entscheidbar, genau wie das Nullstellenproblem ist semi-entscheidbar. Ist semi-entscheidbar. Wir kriegen eine Ja-Antwort, wenn die Antwort Ja ist, aber wir kriegen keine Nein-Antwort typischerweise. Gut, also wissen wir jetzt immerhin, dass es unentscheidbare Probleme gibt und nun wollen wir auch noch sehen, dass dieses Hilberts zehnte Problem unentscheidbar ist. Und was Matthias Silvich aufbauend auf den Ergebnissen von Davis Putnam und Robinson gemacht hat, war zu zeigen, dass die semi-entscheidbaren Teilmengen der natürlichen Zahlen also eine Teilmenge der eine Menge A in N oder auch von Tupeln also N hoch K heißt semi-entscheidbar wenn es einen Algorithmus gibt, der bei wenn ich ein Element aus A nehme, dann sagt der Algorithmus Ja ist in A aber der Algorithmus kann nicht sagen Nee ist nicht in A kann nur die Hälfte entscheiden Falls es Algorithmus gibt, der bestätigt, dass ein Element in A ist Algorithmus gibt der für x in A bestätigt aber nicht unbedingt für x nicht in A sagen kann liegt nicht drin und natürlich ist eine Menge entscheidbar wenn es einen Algorithmus gibt der sagt Ja ist drin oder Nein ist nicht drin das heißt wir sehen das ist einfach nur eine Bemerkung eine Menge ist genau dann entscheidbar wenn klar muss sie semi entscheidbar sein ich muss sagen können das Element liegt drin wenn das Komplement auch semi entscheidbar ist wenn A und das Komplement also N hoch K ohne A beide semi entscheidbar sind denn wenn wenn ich beide Algorithmen habe einer der mir sagt das Element liegt drin und einer der mir sagt es liegt nicht drin dann lasse ich einfach beide Programme laufen und eins der beiden Programme muss mir ja die richtige Antwort geben das andere läuft vielleicht ewig weiter wenn ich ein Element hier in A nehme dann sagt mir das eine Programm ja ist drin und wenn es nicht drin ist sagt mir das andere Programm ist drin also wenn die Menge und das Komplement semi entscheidbar sind dann ist die Menge entscheidbar was die Matja Siewicz Davis Putnam Robinson gezeigt haben ist dass die semi entscheidbaren Mengen genau die diophantischen Mengen sind das ist sozusagen der wichtige Punkt daran das ist die gleichen wie oben Matthias Siewicz Davis Robinson die semi entscheidbaren Mengen Teilmengen von N hoch K sind genau die diophantischen und ich sage Ihnen jetzt was diophantische Mengen sind die diophantischen Mengen nämlich die die durch ganzzahlige Polynomengleichungen beschrieben werden schreibe ich hier noch die Definition hin eine Teilmenge heißt diophantisch wenn es ein Polynom gibt und zwar ein Polynom in K ja in K plus J vielen Variablen mit Koeffizienten aus den ganzen Zahlen X jetzt muss ich sehen X1 bis XJ und Y1 bis YK also dieses Polynom hat viele Variablen und zwar von zwei Typen X und Y und man kann wenn man so mehrdimensionale Sachen hat wie in unserem Beispiel hier X und Y dann kann man immer auf eine Achse runter projizieren die Nullstellen Mengen das heißt die Y hier sind die auf die projiziert wird das heißt diese Menge heißt diophantisch wenn es so eine Funktion F gibt so ein Polynom F gibt mit A ist genau die Menge N1 bis Nj für die es A1 bis AK gibt in den ganzen Zahlen so dass F von diesen Ns und den As gleich Null ist ja das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert zu lesen was heißt das ich sage die Koeffizienten diese Ns setze ich für die X ein diese X sind dann aber Koeffizienten und die Nullstellen suche ich für die Y Ich sage eine Menge ist diophantisch wenn ich hier solche Dinger finden kann die mir sagen es gibt eine ganzzahlige Nullstelle für das Polynom wenn ich für die X diese ganzen Zahlen einsetze Ok das ist ja genau die Frage mit der wir am Anfang gestartet haben kann ich das entscheiden Nun haben die gezeigt diese diophantischen Mengen sind genau die semi entscheidbaren und wir haben eben gesehen es gibt semi entscheidbare Mengen die nicht entscheidbar sind das heißt wenn ich so eine semi entscheidbare Menge finde die nicht entscheidbar ist dann habe ich hier jede Menge Polynome für die ich das eben nicht entscheiden kann gibt es eine ganzzahlige Nullstelle oder nicht das ist genau die Aussage wir können nicht entscheiden diese Menge wenn dies hier nicht entscheidbar ist gibt es eben keinen Algorithmus der mir sagt für diese Koeffizienten die ich einsetze gibt es eine ganzzahlige semi entscheidbar ist natürlich schon ich kann die nehmen und dann schauen ob ich eine ganzzahlige Nullstelle finde irgendwann werde ich die finden aber ich weiß halt nie ob es tatsächlich eine gibt das heißt sie sehen daraus dass wenn sie ihr wochenende damit verbracht hätten das hier zu programmieren wäre schade um das Wochenende also und ist auch ganz gut wenn man das weiß dann fängt man nämlich gar nicht erst an das hat aber für mathematiker auch sehr schöne auswirkungen weil das zum beispiel heißt dass die arithmetik nicht entscheidbar ist die theorie der natürlichen zahlen ich ich wisch mal eben das 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 Also insbesondere folgt daraus, dass wir über Aussagen der natürlichen Zahlen, es gibt keinen Algorithmus, der entscheidet, ob irgendein Satz in den natürlichen Zahlen richtig ist oder nicht richtig ist. Die Arithmetik ist unentscheidbar, das heißt die Theorie von den natürlichen Zahlen mit Plus und Mal und Null und Eins, alles was man da an Aussagen hinschreiben kann, wäre ja schön, wenn es ein Computerprogramm gibt, das einfach sagt, ich schreibe diesen Satz hin, zum Beispiel Fermat und das sagt mir jetzt, ist richtig oder ist nicht richtig. Oder wäre eben nicht schön, wäre für die Mathematiker eine traurige Sache. Also für uns heißt es, die Arithmetik ist nicht entscheidbar. Und insbesondere möchte ich auch noch zeigen, warum Gödel's erster Unvollständigkeitssatz, was der damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber ich wähne das kurz noch. Für die Arithmetik, das heißt für diese Struktur, die natürlichen Zahlen mit Plus, Mal, Null und Eins, können wir natürlich Sachen hinschreiben, die gelten und wir können uns auch überlegen, was sollen die Axiome sein, mit denen wir da drin rechnen, also wenn wir nach anderen Modellen suchen. Und natürlich, wenn man mit Axiomen rechnen will, dann ist es immer gut, wenn man sagen kann, was ein Axiom ist und was kein Axiom ist, sonst ist es irgendwie witzlos. Das heißt, man möchte, dass das Axiomensystem entscheidbar ist in dem Sinne, wie wir gerade gesagt haben, dass man entscheiden kann, ist ein Axiom oder ist kein Axiom. Was man auch gerne hat, wenn man Axiomensysteme angibt, ist, dass das vollständig ist. Nämlich, was soll das heißen, dass es vollständig ist? Wenn man Axiome hat, dann betrachtet man immer das, was daraus folgt. Dazu baut man sich Axiomensysteme. Und vollständig heißt es, Axiomensysteme, wenn für jeden Satz, entweder der Satz oder die Negation des Satzes daraus folgt. Das Axiomensystem entscheidet dann vollständig über alle Konsequenzen. Und nun ist klar, wenn Sie eine Theorie haben, die ein entscheidbares Axiomensystem hat und das vollständig ist, dann ist die Theorie entscheidbar. Denn wenn Sie wissen wollen, ob ein Satz gilt oder nicht gilt, dann warten Sie einfach. Das können alles, was sich aus den Axiomen folgern lässt, können Sie natürlich der Reihe nach aufzählen. Irgendwann kommt der Satz vor oder die Negation des Satzes und dann wissen Sie Bescheid. Was wir hier gesehen haben, ist, die natürlichen Zahlen sind nicht entscheidbar. Das heißt, wir sehen sofort, also was ich Ihnen eben erklärt habe, gilt immer. Also nicht speziell für die natürlichen Zahlen, sondern wenn Sie ein vollständiges Axiomensystem haben, mit entscheidbaren Axiomen, dann können Sie alles aufzählen, was daraus folgt. Wenn es vollständig ist, ist die Theorie entscheidbar. Einfach ganz allgemein. Diese Theorie ist nicht entscheidbar. Also sehen wir daraus, dass egal wie man sich anstrengt, man kann kein Axiomensystem für die natürlichen Zahlen finden, was beides ist, entscheidbar, also so, dass ich sagen kann, was die Axiomen sind, und vollständig, so dass alles daraus folgt oder die Negation. Das heißt, das war ein Schock, als der Satz von Gödel bewiesen wurde. Diese Unvollständigkeitssätze, das hat wirklich die Mathematik erschüttert, weil man gedacht hat, ich meine, auch an den Formulierungen von Hilberts Problemen hat man gesehen, dass sie, die haben damals gedacht, okay, jetzt wissen wir, wie man mit Axiomen arbeitet, wie man das machen muss, jetzt stellen wir das alles auf ganz solide Füße, wir müssen nur die Axiomen richtig wählen, zum Beispiel war Cantor auch erschüttert, weil er die Definition einer Menge schon, wir denken alle Mengen, klar weiß jeder, was eine Menge ist, aber es war eine ganz große Errungenschaft, als man die Definition einer Menge sozusagen auf die richtigen Füße gestellt hat. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt sind wir dabei und dann machen wir das auch. Und als Gödel's Satz dann kam, der hat gesagt, das geht nicht, man kann nicht beides haben. Das war wirklich ein großer Schock für die mathematische Community. Und mit dem Schock hier, endlich. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt? Jetzt. Also ganz herzlichen Dank für den inspirierenden und schockierenden Vortrag. Wir haben bestimmt noch ein Momentchen Zeit für Fragen. Wenn Sie Fragen an Frau Tent haben, bitte melden Sie sich einfach. Ich würde ganz kurz mit dem Mikro zu Ihnen kommen und dann können Sie Fragen fragen. Ah, die Denkenmikros sind an. Sie dürfen also einfach losreden, habe ich gerade gehört. Also da oben, die Mikros sind auch an. Wer traut sich, eine Frage zu stellen? Ja? Ich bin in der dritten Klasse, ich weiß nicht genau, was ein Polymon ist. Wenn Sie es ganz gut hören. Ah, ja, sehr gute Frage. Polynome sind so Funktionen der Form x² plus 8. und dann kann man die eben auch x hoch 5 plus 3x, das sind Polynome und dann kann man auch verschiedene Variablen nehmen, x und y oder x1 bis x7, das sind Polynome. Und in der Schule beschäftigen Sie sich damit, Nullstellen zu finden, aber eben nicht damit, ob es eine ganzzahlige Nullstelle ist. Aber das freut mich ja, dass in den Schulen die das angekommen sind. Ich frage mal zwischenzeitlich was. Kannst du mal zeitlich einordnen, wann das mit Gödel war? Weil du gesagt hast, Hilberts Problem zählte, war er im 19. Jahrhundert. In den 40er Jahren. In den 1940er Jahren. Und dann hast du gesagt, es gab, das ist der erste Unvollständigkeitssatz. Ja, es gibt Varianten dazu. Also nämlich die, es geht ja auch immer um die Axiome der Mengenlehre. Und da sagen die meisten Mathematiker, brauche ich nicht. Kommt in meinem Leben nicht vor, sozusagen. Aber da ist das gleiche Phänomen. Man kann nicht die Axiome der Mengenlehre so machen, dass sie gleichzeitig vollständig und entscheidbar sind. Eine der Fragen, ach, das habe ich jetzt weggewischt, das Diagonalargument, ich hatte gezeigt, es gibt mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen. Und eine der berühmten Fragen, die aus unseren normalen Axiomen, mit denen wir arbeiten, nicht folgt, ist, ob es eine Menge gibt, die mehr Elemente als die natürlichen Zahlen hat, aber weniger als die reellen Zahlen. Das ist die Kontinuum-Shypothese. Und Gödel hat gezeigt, es ist konsistent anzunehmen, dass es das nicht gibt. Also man nimmt das Axiom-System für die Mengen, in dem wir arbeiten, sozusagen im täglichen Leben. und wenn ich dieses System habe und wenn das konsistent ist, was man eben auch nicht beweisen kann, in sich selbst, dann ist es auch konsistent anzunehmen, dass dazwischen keine Mächtigkeit liegt. Und Kohn hat dann gezeigt, es ist auch konsistent, das Gegenteil anzunehmen und anzunehmen, dass es doch was dazwischen gibt. Das heißt, es ist einfach unabhängig von den anderen Aktionen, die man hat. Vielen Dank für den Vortrag erst mal. Und Sie meinten eben, die natürlichen Zahlen wären nicht entscheidbar. Also ich kann mir vorstellen, wie eine Frage oder ein Problem nicht entscheidbar sein kann, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wie eine Menge an Zahlen... Nein, die Theorie der natürlichen Zahlen ist nicht entscheidbar. Also es ist nicht entscheidbar, welche Sätze, die Menge der Sätze, die man ausdrückt, ausdrücken kann, ist keine entscheidbare Menge. Also zum Beispiel, es gibt keinen Algorithmus, der allgemein entscheidet, denn sonst hätte man dem auch dieses hier vorlegen können. Vielen Dank. Wie konnte Gödel seinen Unverständlichkeitstheorem oder Satz formulieren, weil er musste ja auch dafür ein eigenes Aktionen-System annehmen, oder? Indem er quasi diesen Satz formuliert. Wie kann er dann eine Aussage über quasi alle Aktionen-Systeme treffen? Ja, gute Frage. Es muss alles über Abzählbare... Es geht darum, diese Aktionen-Systeme so zu formalisieren, dass man... Das ist eben die Kunst darin, dass man dieses Diagonal-Argument einfach durchführen kann. Was er gezeigt hat, ist, wenn das Aktionen-System vollständig genug ist, um zum Beispiel die natürlichen Zahlen, Plus und Mal zu formulieren, dann kann man immer auch das Diagonal-Argument da drin formalisieren. Ja, das ist... Also, das ist... Wenn er dieses Diagonalverfahren allein schon durchführt, dann hat er ja trotzdem zugrunde liegende Sexzeugen-Systeme-Aussagen und so weiter. Ja, 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 genau. Aber anders dieses System quasi schon... Genau, da muss man sich... Man hängt irgendwo in der Luft. Genau. Ja, das war auch so ein Diagonal-Argument. Sie haben ja gesagt, dass man nach Götz' Unvollständigkeit setzen kann man nur eins für beiden haben, also entweder auf Vollständigkeit oder Entscheidbarkeit. Wenn man sich jetzt ein System aufbaut aus Axiomen, weiß man dann, was von beiden es ist? Oder weiß man genau? Also, es gibt andere Theorien, die axiomatisierbar sind und vollständig. Wenn man zum Beispiel die Theorie der komplexen Zahlen hinschreibt, dann schreibt man hin, das ist ein Körper in der Charakteristik Null für diejenigen, die das wissen. Charakteristik Null kann man auch hinschreiben und man sagt, es ist algebraisch abgeschlossen, das heißt, man schreibt all die Axiome hin, jedes Polynom von Grad N hat eine Nullstelle, schreibt man für alle N hin und das ist ein vollständiges und entscheidbares Axiomensystem. Ja, also es gibt entscheidbare Theorien, aber die natürlichen Zahlen, die Arithmetik gehört nicht dazu. Aber das zu beweisen, dass das vollständig unentscheidbar ist, ist nicht trivial. Also je nachdem, um welches Gebiet es geht, ist da was zu tun. Ich habe noch eine Vokabelfrage. Was ist ein Axiom? Ein Axiom ist einfach eine Annahme, mit der man weitermacht. Irgendwas, was nicht, sagen wir, wenn es zum Beispiel um die Axiome der Mengenlehre geht, das ist vielleicht das Einfachste, als Beispiel zu nehmen, dann überlegt man, ja, was wollen wir denn als Axiome nehmen? Ja, das war nämlich, es war auch ein Schock für Kantor. Kantor hatte gesagt, ja, eine Menge ist alles, was man irgendwie zusammenfassen kann. So stellen wir uns das vor. Eine Menge ist alles, was man irgendwie so zusammenfassen kann. Und dann hat Russell gesagt, das ist keine gute Definition, denn dann gibt es die Russell'sche Antinomie, also die sogenannte Russell-Klasse, das ist die Menge aller x, die nicht in sich selbst enthalten ist. Das sind alle x, x nicht in x. Und inzwischen kennen Sie dieses Spiel, jetzt fragt man sich, also nach Kantors Definition, ist das eine Menge, ist das jetzt drin oder nicht drin? Und Sie kommen auf die gleiche Weise in Widerspruch. Das heißt, das war keine gute Definition, die Kantor da hatte. Das war auch nicht schön für ihn. Und dann gibt es von Cermelo und Frenkel, haben die axiomatische Mengenlehre eigentlich begründet. und dann ist die Frage, was wollen wir denn als unbestreitbares Axiom zum Anfang mal nehmen? Und dann gibt es eben das Axiom, die leere Menge existiert. Das ist doch schon mal ein gutes Axiom, da können wir uns vielleicht drauf einigen. Also die leere Menge existiert, leere Menge existiert, dann gibt es die Aussage, wenn man eine Menge hat, dann ist die Menge aller Teilmengen auch eine Menge, das heißt die Potenzmenge existiert, die Nachfolgermenge existiert, nämlich wenn x eine Menge ist, dann ist auch x vereinigt mit x eine Menge und so weiter. Und solche Axiome schreibt man hin und dann überlegt man, will ich noch mehr Axiome haben? Zum Beispiel will ich annehmen, dass es noch eine Menge, also eine Größe dazwischen gibt oder will ich lieber annehmen, dass es nicht gilt? Und dann muss man natürlich schauen, was passiert, wenn ich das annehme. Sie hatten jetzt vorhin gesagt, dass man tatsächlich trotzdem Axiom-Systeme findet, die vollständig sind und entscheidbar. Aber dann habe ich, glaube ich, Goethes Satz natürlich nicht verstanden, weil war nicht die Aussage gerade, dass ich das nicht... Nicht für die natürlichen Zahlen, weil wir ja da, der Gödel'sche Un... Was ich gesagt habe, ist Folgendes, wenn wir ein vollständiges und entscheidbares Axiom-System haben für irgendeine Theorie, dann ist die Theorie entscheidbar. Die Theorie der natürlichen Zahlen ist nicht entscheidbar. Also hat die Theorie der natürlichen Zahlen kein vollständiges und entscheidbares Axiom-System. Die Theorie der komplexen Zahlen ist entscheidbar. Ich hätte noch eine Frage zur Churchen-These und zwar ist bei mir im Kopf irgendwie so ein bisschen noch drin, ja, für einen regulären Computer, wie wir jetzt ihn irgendwie bei uns irgendwie in der Hosentasche haben als Handy oder was, da scheint mir das durchaus sinnvoll, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist das bei Quantencomputern? Wissen wir, dass das auch dann wirklich... Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Also das geht ja dann in Bereiche, wo es dann so abstrakt geht. Genau. Nein, nicht nur, es geht nicht um die Abstraktion, sondern um das Zufallsprinzip, was da rein geht. Weiß ich nicht, wie sich das mit Quantencomputern verhält. also ist, weiß ich einfach nicht. Okay, vielen Dank. Das ist nicht mein... Diese Art von Mathematik ist nicht mein Arbeitsgebiet. Ich nehme an, dass die Rekursionstheoretiker hier vielleicht wissen, wie sie Quantencomputer zur Church-These stellen. Ich hatte noch eine Frage, wenn mich das schon länger interessiert hatte, bei dem Argument im Halteproblem. Da nehme ich an, ich habe dieses Programm, das das immer entscheiden kann und dann konstruiere ich sozusagen diesen Zusatz, dass es dann eben immer das Gegenteil davon macht. Meine Frage ist, sozusagen ist irgendwie, wenn ich das Programm auf sich selbst anwende, ist das überhaupt irgendwie eine zulässige Eingabe, weil kriege ich da keine, kriege ich da keinen unendlichen Regress, weil ich ja muss ja sozusagen nicht nur angeben, muss ja nicht nur das Programm angeben, sondern auch sozusagen auf welches, also das Programm braucht ja dann wieder die Eingabe und so weiter. Die Annahme ist ja gerade, dass wir alle Programme durchnummeriert haben, der Computer kriegt die Nummer, dann kann er das Programm daraus ausrechnen und er kriegt als Eingabe auch noch eine Nummer und wir haben angenommen, das ist ein Algorithmus, wir haben angenommen, das ist entscheidbar. Deshalb kriegen wir dann keinen unendlichen Regress, weil die Annahme genau ist, dass wir das nicht bekommen und das führt zum Widerspruch, also war es eine schlechte Annahme. Man wendet ja nicht denselben Algorithmus auf sich selbst an, sondern man wendet den Algorithmus mit der Nummer P auf die Eingabe P an und das kann ich natürlich machen. Aber der muss sich doch noch dazusagen, welcher Eingabe, dass das P dann läuft, oder? Ja. Ist auch nicht so wichtig. P, wenn ich dem in diesen Dings sage, ich weiß nicht, wo es steht, der Computer sagt, nimm Programm Nummer P und wende es auf die Zahl P an. Und das soll er mal machen. Gut, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, soll er mal machen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr großes Interesse für die vielen interessanten Fragen. Ein ganz, ganz herzlichen Dank an Katrin Tendt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen sehr schönen Abend und vielen Dank fürs Vorbeikommen. Tschüss. Vielen Dank, Vielen Dank.